So, hallo ist euer Tommi wieder. Upsala. Heute zeige ich euch, wie ihr die vier Kartenpakete, die Karten, Moment, ich weiß jetzt. Ja, müsste es so passen. So, also nochmal, heute zeige ich euch, wie ihr am schnellsten die vier Kartenpakete, die Eier, die Nester, wie ihr das schneller machen könnt. Weil, wie gesagt, sonst müsst ihr es über Märzspielmodus machen und bis da mal die Karten kommen, das dauert ewig. So was ebenfalls bei mir. Ebenfalls müsst ihr dann ganz einfach, ihr geht bei Truppen rein. Gehen wir mal rein. So, geht auf Online spielen. Und dann geht ihr auf Widerstand. Und dann klickt ihr einfach oben, 20 Runden. Und dann ganz einfach, dann geht ihr hier auf Privates Spiel. Ihr seht ja, die Karte ist es nicht. Dann geht ihr einfach wieder raus. Drückt die Nummer rein. Und bis die Karten kommen, wo ihr braucht. Beispiel die hier. Dann geht ihr rein und macht das Ei. Und es geht echt schneller, wie ihr seht, zwar wäre schon die nächste Karte. Es geht echt schneller, als wie man es in Märzspielmodus macht. Nur gut, weil Widerstand ist bei manchen Karten, wie Kontrafanburi gespawnt. Ein bisschen übel, aber wenn ihr dann die erste Welle ausschaltet, dann habt ihr ja wieder Zeit. Dann rennt ihr halt kurz dahin und macht das schnell. Also es ist möglich, so habe ich es gemacht und ging ratzfatz. Wie gesagt, ein kleiner Trick. Das finde ich mal ein Trick. Das ist halt rausgefunden, dass es noch eine andere Art gibt, als wie ein Märzspielmodus. Wo du dir die Karten nicht beeinflussen kannst, wie sie kommen. Und hier, wie gesagt, ist es ganz einfach. Geht auf Truppenwiderstand. 20 Runden leicht. Geht auf privates Spiel. Klickt rein. Guckt, was für Karte es ist. Okay, die braucht ihr. Dann macht ihr es kurz. Wenn es nicht ist, geht die wieder raus. Klickt wieder rein. Und so macht ihr alle Karten durch, bis ihr alles habt. Okay. Ich hoffe, der kleine Trick hat euch. Also hilft euch. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlässt. Und auch Kommentare, ob es bei euch auch so geklappt hat. Ja, euer Tommy. Bis zum nächsten Mal.